Was macht Raiden für euch? Wie ist der Eindruck von Raiden? Und wenn ihr wirklich aufgepasst hättet, dann hätte man hier jetzt schon ganz viele kleine Hinweise erblicken können. Oder ihr habt aufgepasst, so besser. Ihr merkt schon, auch die Cutscenes werden ziemlich lang und ausschweifend. Ja, ich sag ja, das Ding ist hier komplett ziniastisch. Das schläft da. Und der Name Plissken, ich bin immer der Meinung gewesen, dass es so eine kleine Anspielung an die Klapperschlange oder Lucht aus L.A. Das ist ja ein Film von 1981 von John Carpner. Da spielt ja Kurt Russell die Hauptrolle als Snake Plissken. Das Raiden ist relativ uniformiert. Wir können ihn ja, wir können hier den Guten mal anrufen. Die, äh, Frequenz kennt man ja eigentlich auch. Ne, das war falsch. Ne, 141. Ach, uninformiert. Ach so, ja gut. Das war ja Masters alte Nummer. Er ist wirklich entspannt, aber das Ding ist, das heißt nicht, dass er... Einmal rufe ich ihn noch an. Was hat er? Was, was? Liquid? Hm. Aber glaubt mal nicht, nur weil der gute Plissken hier schläft, ist er... Ja, der ist trotz entspannter Ruhe, ist er trotz noch in Alarmbereitschaft. Also du sagst, er ist sehr uninformiert, aber so, ich mein so der Eindruck. So, wie findest du ihn im Gegensatz zu Snake? Jack, es ist mir. Alles okay, Rose? Du musst nicht die Mission-Daten? Oh ja, danke für die Erinnerung. Jack, du weißt, was morgen ist? Das wieder. Entschuldigung, aber ich habe noch keine Ahnung. Das ist okay. Was ist es, Rose? Fähig mit mir. Ich würde lieber dich herausfinden. Es ist wichtig. Wie wichtig? Es ist wichtig. Es ist wichtig, und wir sprechen darüber morgen. Warum nicht jetzt? Tomorrow scheint mehr... Appropriate. Ich brauche all die Hilfe, die ich kann, damit ich nicht schicken. Ist das die Grund, warum du bist ein Teil dieser Mission-Daten? Okay. Ich versuche das Ding von morgen, nicht wahr, was. Du weißt, dass ich alles, was ich kann, um dir zu helfen. Rose, es ist etwas, was ich muss, als Analyst. Was ist das? Es hat sich mit Solid Snake zu tun. Der Leiter von diesem Takeover-Incident sagt, dass er Snake selbst ist. Der Legendary Mercenarier? Ich brauche so viel Daten auf ihn, wie möglich. Alles, was sie haben auf ihn, nach dem Shadow Moses-Incident. Er ist tot, nicht wahr? Ja. Es sollte auch ein Burial-Record sein. Du solltest eine Top-Level-Security-Klarenz von dem Colonel beantworten. Das sollte uns in das größte Material. Ich bin dran. Ich werde dich kontaktieren, als ich etwas herausfinden kann. Ja, er ist ja natürlich... Ich meine, Snake hat vertraut, ne? Auf Shadow Moses. Und später nachher... ...hat er gemerkt, dass das nicht unbedingt... ...so richtig wertgeschätzt wird. Ach, Mist. Egal. ? ? ? ? ? ? ? Das war's für heute. 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 Ich habe die Erfahrung, die Fox-Sounds gegen den VR-Trainern zu kombatieren, richtig? Du wirst gut sein. Sei nicht bemerkenswert. Jack, schau nicht nicht notwendige Risiken, okay? Ja, ich will nicht, aber... Ich weiß. Ist da nichts, was ich tun kann? Ja. Könntest du für mich die Daten checken? Okay, ich mach's. Viel Glück! Irgendwie geht das noch. Ryden, was schaust du? Oh, ich sehe. Rosemary. Was? Könntest du ihn für einen Moment entschuldigen? Du weißt, damit er... Oh, ich verstehe. Jack, ähm, lass mich wissen, wann du fertig bist, okay? So, hier haben wir wieder keine Karte, hier sollten wir definitiv etwas aufpassen. Ah. Und jetzt sind ihn... Warum, warum, warum meinst du, dass das Snake sein soll? Warum, warum soll das deutlich sein? Ich schreib mich jetzt einfach mal. Naja. Nicht, weil er von dem Synchronsprecher gesprochen wird, der von Snake gesprochen wird. Das, äh, wollen wir mal außen vor nehmen. Aber, ähm, nur mal so kleine Hinweise, ohne, ohne wirklich groß zu spoilern. Er hat gesagt, dass er mit einem Helikopter gekommen ist. Aber ihr habt den Käfer gesehen. Und wo haben wir den Käfer gesehen? Erster Hinweis. Der zweite Hinweis, erinnert ihr euch mit den ID-gesteuerten Waffen? Warum konnte Ryden mit der M4 schießen, die er von Plissken bekommen hat? Auch ein kleiner Hinweis. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Was ist also ein Golubobter? Oh. Ich bin kein NYPD. Ich bin da mit dem Bravo-Team. Ich bin nochmal bei dem Bravo-Team. Was ist dein Teil hierherr? Und was ist die Team 10? Sie sind alle totale. Alle von ihnen? Das ist schlecht. Ich habe dir gesagt, du kannst du gehen? Es ist alles gut. Er ist nicht ein von den Schmerzen. Keine Ahnung. Was ist dein Name? Mein Name ist Peter. Peter Stillman. Lektor an Navscolio, Indian Head. Auch ein Konsultant für die N.Y.P.D. Bombe Squad. Ein junger Mann, der durchgebracht hat. Ich dachte, du hast geheißen. Ich habe. Ich kann nicht mit allen, wie du siehst. Eine große Kirche verletzte, dankbar mir zu mir. Mit zu viele Leben in der Mitte. All ich verloren habe war dieses Leg. Also, du bist der Die BOMB-Disposal-Guy. Kib, das ist THE BOMB-Disposal-Guy. Bist du irgendwelche Explosives-Disposal-Textbuch, und du kannst ihn sehen. Ha! Es ist eine Geschichte von der Zeit. Warum haben sie dich aus der Reaktion? Weil die Terroristen hier entdeckt einen meiner Studenten. Der Imperator von Explosiven. Der Bauer. Er hat eine Atomische BOMB, wenn er nur 10 Jahre alt war. Ich habe ihn mit einem Sinn entwickelt. Und das ist warum du hier bist? Ich bin ziemlich lustig. Ich versuche es zu supervieren die BOMB-Disposal. Es sieht aus wie es wurde vorst, bevor ich meine turnen habe. Ich würde das nicht sagen. Es gibt zumindest zwei Leute hier, die können sich als Experte an der Bomben sein. Sie sind beide mit SIL Team 10? Ich habe dich nicht gesehen, bei der Mission Briefing. Oh, wir sind mit einem anderen Squad. Mein Name ist Plissken, Lieutenant Junior Grade. Ich freue mich zu treffen, Sir. Mr. Plissken, hast du Erfahrung mit der Bomben? Keine Worte über mich. Er sieht jung, aber er kann es tun. Aber wir brauchen mehr Manpower. Ich bin... Was ist dein Name? Raiden. Das ist ein falsches Name. Einen anderen Survivor? Es gab auch einen Ingenieur mit mir. Einen Ingenieur? Ein Arzt. Er kam mit uns mit uns. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen seit diesem Skirmish. Er wurde getötet? Ich glaube nicht. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich verstehe. Sie sagten mir, er war ein Sicherheitssystems Architekt für die Big Shell. Warum würde sie mit einem Sivillian mitnehmen? Alles in dieser Struktur ist computer-controlled. Er sollte uns über die Sicherheitssysteme passen. Ich habe noch nie gehört. Er hatte offiziellen Ordnungen mit ihm. Hm. Wir bleiben das später. Jetzt müssen wir herausfinden, wie wir mit den Bomben haben. Aber es gibt niemanden von der SEALs E.O.D. Squad. Ja. Wir müssen es selbst machen. Aber ich habe noch nie eine Bombe gefangen. Holden einen Moment. Ich bin wieder mit dem CO. Ich bin wieder mit dem CO. Ich bin froh, dass Stillman sicher ist. Ich helfe ihn mit jedem möglichen, um den C4 zu entfernen. Colonel, du kennstestestest nicht in der BOM-Disposal? Alles klar. Der Mann mit dem du mit bist der Beste ist in der Fälle. Alles du musst, ist folgen seine Regeln. Du musst natürlich auch deine Identität und Mission-Objektivien selbst. Ist es wahr, dass ein Ingenieur kam mit Stillman? Ich bin nicht informiert. Es ist wahrscheinlich etwas, was die SEALs entschieden haben. Hmm. Es gibt mehr Probleme in Hand-Writte. Der Mann kann sich für den Fälle verabschieden. Geh die C4s neutralisieren, jetzt. Colonel, ich bin nicht qualifiziert für Bombe. Jack, das ist mir. Rose? Du kannst das machen, ich glaub. Du hast nicht mit der BOM-Disposal-Trainung in der VR-Diskusschrechen. Aber du bist mehr als möglich von C4. Das ist ein bisschen anders als mit C4. Du bist für das. Du wirst das. Wie geht's das? Wie geht's das, Kind? Gibt es noch die Ergebnisse? Es gibt nicht nur so viel zu denken. Du wirst nicht eigentlich nicht die BOM-Diskusschrechen. Das ist nicht für amateurs. Was we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and... There we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link-up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes. On every bomb he builds, he always leaves a trace of the clone he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No. It was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own. And he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use the system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat man would have allotted some C4s here in strut C as well. Here? I know the structure of this facility. And if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big Shell consists of two hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. Hmm. Six on Shell 1. Another six on Shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the Shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion. And is exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of Shell 2. Take this. What's this? Security card. Issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors. Righten, your card key can open doors with security clearance level 1. Plissken, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The two of us can handle it. Don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. That man's no seal. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, seals keep their officers away from the field. And who dares, wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. I'm... Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be alright. Plenty of food in here too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by Kodak from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. So, if we're going to the fear, then we'll see what's very unusual. How much is it? Ah. Moment mal. We're going to zoom. Komisch, ne? Die Technik? Die kennen wir doch irgendwoher. Ich werde mich jetzt erstmal hier auf das... Node-Rings trillen. Ja, aber Lu, du fragst die richtigen Fragen. Aber ich werde dir dann keine geklärte Antwort drauf geben. Oh, hier ist eine Wache. Ui. Da ist ja auch eine Wache. Jungen, was ist hier los? Gute Nacht. So, das müssen wir anhaben. Man hört sie gar nicht piepen. Ach, jetzt. Gut, dann wollen wir mal. Na? Grün. Kann ich nicht sprühen, weil ich zu dicht stehe? Hülspray zum Entschärfen von Bomben. Ach so, mit dem Stick? Rhyden hier. Ich habe den C-4 in Strut C. Der Knochen des Womens-Bathrooms war gesetzt. Das ist nicht wie ihn. Alles falsch? Vielleicht. Plissken hat andere Plissken gepostet, auch. Und sie sind nicht effektive Demolition Points. Was meinst du? Das bedeutet, dass es nicht die besten Plätze zu wählen wäre, wenn du diese Plätze würdest. Sie sagen, dass sie nicht planen auf die Schelle aufbauen? Es scheint. Es scheint so zu sein. So weit haben wir noch nichts gesehen, aber eine Waste von guten Explosiven gesehen. Obwohl wir natürlich etwas missen. Eine Schraube? Er hätte nicht überrascht, dass ich dazu in die Schelle gekommen bin. Es ist etwas passiert. Mit dem Kiefer wurde ja auch eben nochmal gezeigt. Super. Das war ein Herztreffer. Ah, schön. Oh, ne. Lass mal nicht stehen, Ryden. Wer ist da? Nichts. Wer ist da? Aber der kann mich sehen. Aber der kann mich sehen. Der muss als erstes angemeldet werden. Ich glaube, der da unten zwunk, ne? Nichts hier. Ach, der da unten. Ja, das ist nicht so schlimm. Lassen wir die alle mal den Schlaf der Gerechten schlafen. Nö. Äh, finde ich auch gut, dass du ein bisschen mit rätselst. Das ist ja das, was ich gerne von dir sehen möchte. Oder was mich interessiert. So, den schalten wir lieber nicht aus. Nein, du kannst die Waffe runternehmen. Ich gehe ab. Okay. Schnell. Einmal registrieren, bitte. Das wird nachher sowieso auch wichtig nachher in den anderen Metal-G-Teilen. Dass du da vielleicht ein bisschen aufpasst. So. Das ist neu. Kommt jetzt wieder zurück. Find ich noch eine? Weil sonst war die Bombe... Ja, die sind zwei. Interessant. Ich hab immer so Schiss, ne, dass er sich nicht festhält. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, viele haben ja... Mögen Reiden nicht unbedingt. Ich hab da kein Problem mit. Ich find ihn eigentlich ganz cool als Charakter. So, sagen wir mal kurz Bescheid. Es gibt noch Bomben in dieser Umgebung, die nicht ausgesucht wurden. Search carefully. Strut D, in which you're currently located, has a solid makeup. Thoroughly search the lower as well as the upper level. Nothing here. Man muss aufpassen, ich glaube, der kann mich auch sehen. Von da unten auch. Gehst du jetzt weiter oder gehst du hoch? Das war's. Das ist Reiden. Das Begründung des C4 in Strut D ist complete. Explosive wurden auf dem Begründungshatch plant. Gut gemacht. Es sieht aus, wie es keine Bomben gibt in dieser Strut. Jetzt, gehst du für die anderen Struts. Das hab ich aber auch immer gemacht. Ich hab immer Bericht abgegeben. So, damit du aufhörst zu zielen, Ryan. Blick. Dann hab ich getroffen. Da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen. Und er. Warum geht Reiden die ganze Zeit? Äh, muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Seh den auch nicht. Und er. Da. Ach. Fällt der runter? Ne, der bleibt da oben. Äh, ja doch. Ich muss hier oben. Der hat nämlich mit dem Fernglas geguckt. Wenn ich nicht von entdeckt werde. Jujujujaja. Mal ein paar Pumpen. Das hat er nicht. Oh shit. Ich seh es schon. Da ist. Da ist eine Kamera. Ich bin schnell mal der Alarmphase aus dem Weg gegangen. Beziehungsweise der Vorsichtsphase. Und er pennt. Das ist gut. Ohne Radar ist das so schwer. Aber hier würde sich Snake ganz wohl fühlen, ne? Mit den ganzen Boxen. Aufpassen wir das. Scheiß Kamera. Ich hab noch keinen Schalldämpfer für die USP. So eine USP, ne? Ne, Soko. Oh, ein Minendetektor. Geht mir Colonel was da drüber. Blisken. Okay, danke für die Info. Die Sensor, die Sie bekommen von Stillman. Die Sensor, die Sie bekommen von Stillman visualisiert die C-4s, die Odor auf der Radar schreie. Das bedeutet, dass die Radar muss beiniget werden, in order für Sie zu nehmen, die Sensor zu nehmen. Raiden, log in zu der Nöte erst. Strut E's Nöte ist in der Nord-East-Korne des 1.Floor. Verst du sicher, dass Sie aus der Nöte sind. Okay, ich verschwinde von hier. Ich muss andersrum gehen. Das ist auch schwer. Doch ein bisschen fies. Das ist jetzt auch fies. Ich dehne halt nicht. Doch. Schlaf mal. Oh, das ist nicht der, der mit dem... Nicht der Fanglass-Typ. Jetzt ist er zusammengebrochen. Ist denn der Fanglass-Typ? Guck mal, wenn ich unten lang gehe. Jetzt ist er weg. Mal bloß weg hier. Vielleicht kriege ich jetzt mit der Sicherheitskarte einen Schalldämpfer. Mal bloß einfach mal ganz kurz. Die drei, die mir im Weg stehen. Nichts hier. Oh Mann! Lass ihn liegen! Vorsicht! Ich muss das nicht mitkriegen, dass ich hier oben rumschleiche. Nee, wir waren ja im Warenhaus. Ich bin sonst immer mit dem Uhrzeigersinn gegangen, ist auch schwer vielleicht, besser andersrum zu gehen. Hast du Munition für mich? Schon. Nee, hat er nicht. Aber das ist auch schon irgendwie ein bisschen so ein Ding, ne? Die Viers mit Luft zu bespritzen. Sehr gut. Hast du Munition für mich? Auch nicht. Ich glaube, das ist auch hart nicht mehr so einfach. Scheiße, haben wir den Cypher wieder. Aber wenn hier keine Wache draußen ist, kann ich den, kann ich den jetzt wegmachen. Lass ihn nochmal hochkommen. Nicht, dass er gleich in diese Luke hier reinguckt. Wo ist er denn jetzt? Hm. Bumm. Super. Ich brauche unbedingt Schalldämpfer dafür. Waffe ist sonst zu laut. Oh, was? Jetzt sind hier dann auch noch Kameras. Es wird ja wahnsinnig, ey. Ach guck mal, ich höre was. Wo ist der? Kommt der jetzt hoch? Ja. Hm? Ach. Perfekt. Ah, das habe ich schon mitgekriegt. Ja, Jungs. Ihr macht ein kleines Nickerchen und spinnt. Dann werde ich die Kameras jetzt gleich mal kaputt machen. Damit das ein Ende hat. Weil die, das ist das Gute daran. Wenn man die Kameras einmal kaputt gemacht hat, dann passt das erst mal. Er ist natürlich jetzt abgesichert worden, nachdem was hier passiert ist. Ich meine, es sind ja nicht deren Truppen, die hier draufgegangen sind, aber trotzdem. Oh. Ja. Uh. Mal. Es versteckt sich da. Oh. Oh. All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fatman can make mistakes, right? No. No. There is something else going on here. Get a move on with the disposal righting. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know. But I'm gonna tell Plissken to watch his back too. Just hurry. Ja. Werden wir kurz mal anrufen bei Plissken. One more bomb defused. There was one I managed to find only because I took a good look in first person view. You should try it too. Yeah. Danke für die Tipps. Das war alles. Ich hätte jetzt gedacht, hier sind noch mehr Bomben. Haben sie schon aufgeräumt? Ja, tatsächlich. Haben sie schon sauber gemacht. Gut. Dann machen wir jetzt noch die Kameras kaputt. Ich hätte natürlich auch eine Chefgrenade werfen können und dann da durchlaufen, aber... Wenn ich das schon kann, dann... Wenn ich die Dinger auch kaputt mache. Sehr schön. Aber gewischt hat keiner. Einmal durchfordeln, bitte. Einmal durchfordeln, bitte. Hier kann ich... Ne, hier kann ich nicht schießen. Aber ich glaube, ich hätte in diesem Frachtraum, hätte ich ruhig schießen können. Weil ich möchte da eigentlich nicht schießen. Na? Weil... Es ist laut gewesen auf jeden Fall. Er hat ja auch das Klopfen nicht gehört. Aber ich möchte das Risiko einfach nicht eingehen, da entdeckt zu werden. Nur weil ich jetzt geschossen habe. Wir müssen ja nicht... Unvorsichtig werden, richtig? So, das war's. Filmen, brauchen wir einen Chef. Das ist alles so neu für mich. Teilweise. Ah, schon. Die Kamera. Oh! Auf Wiedersehen, Big Brother! Er hat gerade einen Schreck gekriegt, ey! Blüm! Danke, Trophäen! Nee, also auch noch aufs Dach. Das ist wirklich neu. Ich glaube, ich habe Metal Gear Solid auch nur einmal auf Hard gespielt. Das ist aber auch so lange her, deswegen fühlt sich das wahrscheinlich auch alles so neu an. Aber hey! Cool! So, warte, bevor hier was passiert. Minendetektor. Ja, das kenne ich schon. Das war aber auf normal auch eine Sache für sich. Gut. Hier sind nämlich irgendwann Claymore Minen. Und das ist nicht so schön. Wollen wir entschärfen? Wo ist sie denn? Da! Ich glaube, das haben sie geändert mit dem, ähm, Sprühen auf dem Stick. Ich werde erstmal Bericht abgeben. Das ist Raiden. Der C4, der in Strut A gefunden gefunden hat, hat sich gebrochen und ausgelöst. Du hast zu viel Zeit genommen. Du solltest etwas schneller arbeiten. Es ist kein Zeitpunkt, Raiden. Ich habe meine Hände voll hier, so sieht es nicht aus, dass ich dir helfen kann. Es ist in deinen Händen. Gut gemacht. Es sieht aus, als ob es keine Bomben gibt in dieser Strut. Jetzt, gehst du für die anderen Strut. Ja. Okay, ist das ein Zeichen dafür, dass ich wirklich zu langsam bin? Es tickt ja keine Zeit. Es tickt ja keine Zeit. Das ist ein Zeichen dafür. Das ist ein Zeichen. 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 Ich weiß. Entschuldigung, Jack. Ich nehme wieder deine Zeit. Was? Schau dir. Das könnte sein, so wie du klingst. Aber... Lass es. Aber findest du? Ich meine, guck mal, die haben sich durch Zufall getroffen. Sind in love. Tschau, Cypher. Das kann so oder so sein, ne? Ich meine... Du weißt, wie krass oder wie viele Facetten dieses Spiel hat. Nothin' hier. Who's that? Enemy missing. What's going on? Respond. Are you okay? What's going on? Respond. Kommunikation mit Strut F have ceased. Carry out an investigation. Ah. Okay. Warten wir die Phase ab. Ich glaube, hier kommen an Zufälle. Und selbst wenn es so sein sollte, das könnte es halt auch gut sein, dass sie gezwungen wird. Andersrum, wenn man darüber nachdenkt, dass die Mission sich fast anhört wie Shadow Moses, dann wäre... eine Abänderung. Ach, ja. Nein. Vielleicht... Das Fiese ist, dass ich noch kein Radar hier habe. Und auch keine Box habe. Also es ist gleich zu Ende. Warten noch kurz ab. Ja, das... Es klingt alles so nach Shadow Moses und ja... Man muss schon ein bisschen... Ja... Gut, du hast jetzt mittlerweile Erfahrungen mit Metal Gear gehabt und du weißt, was... passieren kann und was nicht. Leg den auch nochmal schlafen. Ja... Hier oben noch einer. Das ist gar nicht. Du bist da unten, ne? Hier oben. Die Vermaledited Node. Zwei. Ach, nein. Das ist Rhyden. Ich habe gerade geschlossen, die C-4 in Strut F. Ich habe die Explosiven auf B-1. Good work. Nur noch mehr. Das ist Plissken. Ich bin hier. Was geht's? Rhyden. Du musst das auch hören. Ich habe das gehört. Ich habe den Boden von Strut H für dich, Pete. Warte. Was ist das denn? Ich habe gefragt, Plissken zu schauen. Ich weiß, Fat Man, ich kann nicht schlafen, dass all die Bombs so far waren falsch. Also hast du etwas gefunden? Ja. Viele C-4s packen in den Boden von Strut. Pete hat es richtig. Ich wusste, dass er das reale Ding auf sein. Also alle anderen waren dummies? Nein. Sie sind ein Problem, all right. Aber die Detonation nicht genug wäre, um die ganze Schelle zu zerstören. Aber die C-4s Plissken gefunden würden, würden sie sehr strukturelle Schmerzen. Das ist nicht die Schmerzen. Das sind die Schmerzen. Was? Neue Modelle, ich denke. Der Schmerzen des Ionismus kann sie nicht erkennen. Die ganze Sache ist festgelegt, um die Vapor-Leak zu verhindern, und es gibt keine Träume des Köln. Pete, sieht aus wie er dich schliefst. Ja. Aber du hast auch das Ding gefunden. Was? 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 Ah, guck mal, hier ist das Note. Na, endlich! um die von oben wo kommt er denn her pennt er da oder was muss man was gucken Untertitel Beobachtungsmenü mal ist das so richtig weil er immer die Waffe hält wegen zu ist es das was ich denke es ist das was ich denke es ist Box 2 Karton 2 Karton für Elektrogeräte das ist nicht cool wir rufen mal Pliss-Scanner ja Rhyden wie ich schon gesagt habe es gibt eine große Menge von C4 auf dem Boden Strut H das nicht auf dem Radar der alte Mann ist es muss das gleiche in Schell 1 sein beobacht Ihr seid zurück. Reiten, lasse das odourless C4 auf Strut H an Stillman. Dein Job ist, die C4s auf Schell 1 zu verbreiten. Beleicht alle letzten. Was ist denn, Jack? Hör da rein! Gut. Aber, Lu, ich könnte dir vielleicht was sagen. Vielleicht ist es ja auch so, dass das Spiel dich das denken lässt, was du denkst. Hast du da vielleicht schon mal dran gedacht? Ist es das, was ich denke? Ah! Endlich! Yes! Ein Schalldämpfer. Komm hier rein jetzt! Der pennt hier wirklich. Im Stehen! Schnell, schnell, schnell. Nein mit dir, mein Freund. Nichts hier. Zumachen? Ach! Dann haben wir hier alles, ne? Dann können wir gehen. Noch ne. Brauche echt mal ein bisschen Munition. Da liegt noch ein Buch. Das haben wir auch noch nicht in der Hand gehabt. Wir haben echt keine, keine Munition für mich. Ach, ich krieg nur an bestimmten Punkten im Spiel Munition. Das ist so. Ich bin ein Schalldämpfer. Ich bin ein Pfeil von mir. Ich bin ein Schalldämpfer. Ich bin ein Schalldämpfer. Das ist aber auch noch drin. um sein kollege ich mir schon gedacht ja die dort text kann man sammeln das kannst du bei jedem machen aber das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht wie geht echt die munition dafür aus das finde ich nicht so gut